Ich habe keinen roten... Hinter dir, hinter dir, hinter dir, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hast du das? Ja, ich habe ihn, 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 ich habe ihn. Okay, okay. 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 Ja, willkommen meine Freunde zu einer nächsten Aufnahme und zwar mal wieder Survival Games nach langer Zeit mit dem Marcel, der da hinten rumhampelt mit seinem gelben Rampelanzug. Ja, hallo auch von mir und ja auf meinem Kanal, ich nehme heute auf mit dem Mentor LP. Richtig. Das bin ich, unglaublich, ne? Wahnsinn. Ja, wo bist du? Oh, hier ist ein Thunder. Weil ein Thunder Skin ist hier, oh Gott. Ja, wir sind natürlich mal wieder auf funwill.eu und spielen jetzt eine Runde Survival Games und hoffen, dass wir, oh, es geht schon los. Ja, noch 10 Sekunden, okay. Gut. Du bist, du bist, du bist, wo bist du? Auf der anderen Seite irgendwo? Und schöne Grüße an den Philips Stricker. Ja. Weil er auch hallo gesagt hat. Netter, netter Beide. Okay, es geht los. Es ist nett, wenn sie mir was lassen. Oh, sie lassen mir sowieso nix. Okay, okay. Du bist du, ich kenne die Map nämlich gar nicht. Ich kenne die Map nämlich gar nicht. Ich bin Richtung Norden, Osten, Süden gelaufen. Richtung Süden. Ja, ich glaub, ich seh dich. Da bist du, du bist gelb. Ja, ich seh dich. Ja, ich hab's noch Pikachu. Lauch du einfach vor. Boah, ich kenn die Map nämlich überhaupt nicht. Das heißt, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich kenn die noch weniger. Hast du was? Ja, ich hab hier ein bisschen Rüstung für dich, Komma. Komm hier irgendwie nicht rein. Oh doch, jetzt geht's. Hier, da liegt ein bisschen Rüstung. Oh, wow, cool. Sogar Gold. Ja, golden. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo denn? Ach da, ja. Holschwett, Holschwett. Hier, Holschwett. Hier, Holschwett. Oh, ja. Wieso, nimm das? Nimm das. Okay. Nur weil du's bist. Nimm's einfach mal. So. Ja, hier ist aber jetzt nicht mehr, oder? Da oben auf dem Dach ist noch was. Komm wir da hin? Irgendwie vielleicht über außen. Gucken wir mal, ob hier irgendwie... Ich versuch das Glas kaputt zu schlagen, oder? Ne, ne, das geht glaube ich nicht. Das ist... Also, auf andere Seite geht das, aber hier... Ich glaube, wir können irgendwie... Ah, hier, geht's doch hoch. Mensch, du Vogel. Oh. Dürfen zum Thema Skill und so. Das ist meine Kiste. Höhöh. Hier ist ruhig noch ein Holschwett drin, wenn du willst. Und Diamant. Du hast den Diamant geschnappt, du, 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 du. Komm, den schenke ich dir. Hier in Diamant für dich. Ja, ja. Dankeschön. Das ist freundlich. Also, man ist die Kiste auch hier den Weg aufgefunden, ja? Ja, das... Das steht dir zu. Okay. Sprich lieber den Tag. Ich mein' ich mal selber höre. Weil ich hab' irgendwie grad so das Gefühl. Hoffe ich nicht. Wenn ich muss ja deine Boxen mal... Ich hab' gar nicht gemerkt, dass du Boxen hast, WTL. Heh. Wie Boxen? Ne, ich hab' ein Headset. Also, mach mich selbst. In den Autos tun nur das Headset, WTL. Teilweise soll ich mich ganz leise so selbst rum so... Okay. Also, sag doch Bescheid, weil ich... Ey, hier unten ist er da. Hier unten ist er da. Tüten wir ihn. Tüten wir ihn. Tüten wir ihn. Tüten wir ihn. Ah! Schlag ihn, schlag ihn! Nein, 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 nein! Bin ich tot! Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Gut, 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 gut. Was hatte er? Moment, er hat sie... Hier ein Steinschwert. Ich nehm' das... Ich nehm' den Bogen. Okay. Machen Schneeballe hier mehr Schaden als normal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin nicht überfragt. Tut mir leid. Ich spiel' echt arsch-helten Survival-Games. Okay. Hast du... Wie viel Herzen hast du? Komm, lass mal hier rüber gehen. Komm ins andere Haus. Okay. Ich hab' fast voller Herzen. Fast voller Herzen. Okay, hier ist einer, hier ist einer. Ah ne, der ist weiter unten. Okay. Hier ist ein Ofen. Dann guck mal, wie viel Schaden ich dir mache. Guck mal. Ja? Gar nichts. Gar nichts. Ja, okay. Da machen die nicht mehr Schaden. Gut. Das ist gut. Unter uns ist jemand. Unter uns ist... Wie kommen wir denn da hin? Hier, hier, hier. Okay, okay, okay. Lass' mal töten. Hier sind mehrere, hier sind mehrere. Oh, pass auf! 2, 2, komm! Schlag die Toten! Schlag die Toten! Deines Todes, der andere ist auch tot. Ja, ey, lass mich nicht! Scheiße! Das war ich. Boah, das war richtig knapp, du. Was hast'n jetzt alles bekommen? Ein Steinschwert, ein Eisenbarren. Hast'n einen Eisenbarren? Hast'n einen Eisenbarren? Nein, hab' ich nicht. Du beleid. Ich hab' auch noch voll viel Rüstung für dich. Achso! Hier, hier guck, was du da noch... Was du da noch brauchst. Was du da noch brauchst. Holschwert? Hier noch? Ne, brauchst du nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ne Hose. Ne Hose hab' ich hab' noch keine Hose. Hey! Hey! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, ich hab' ihn nicht. Ja, ich hab' ihn nicht. Okay, okay. Das... Oh, ich bin beinahe gestorben. Hast du das'ne Hose zufällig? Jetzt! Ich guck' mal, ich guck' mal. Müsste' dich haben. Ne, leider nicht, aber ein Kettenhemd. Achso... Ne, dann ist... Kettenhemd, das ist gut. ich hab mich ab ich hab ich habe ich hab ich hab ich hab ich habe boah die schütze mich aber ganz schön gut du ich glaube ich bin hier spiel ich immer die maher jetzt hier ach so nee ist kette was er sollt kette ja ja ist besser okay das ist aber leckte und ich gar nicht besser aber hier ist noch einer hier ist noch einer pass auf nein er hat nicht tot nein nein ich bin tot ich hab ihn doch man ach das ist doch scheiße ey man zieht sich grad was an und irgendein spacken tötet ein ja hier kommen alle von hinten alle das ist doch voll schwul warte mal eben ich mach mal kurz backtaten boah jetzt finde ich wahrscheinlich gleich nicht spektatet ja schon stimmt ja ich bin ja schon da ich hab zwei dias oh mein gott dann raste mal aus da jetzt warum sterbe ich eigentlich immer das riecht mich so um jetzt habe ich sogar ne hose für dich gehabt und jedes mal nur die schlagen auch immer nur mich ja so gut die sind wirklich die ganze Zeit auf dich gegangen das mann tot welches dann ist im Aufnahme voll cool ey ist ja dann nicht so dass ich das meistens dann nicht hochladen wie ich bin jetzt ich schulder sehe ich hallo hinter dir bin ich habe das ist mir ja gar nicht das ist aber auch irgendwie gelb das ist ein 대kirch okay chico ich hab jetzt hier voll viel gekillt aber okay das ist jetzt gerade am zustand gelaufen jetzt fangen die blitzern guck mal guck mal guck mal inwieweit du was du so um dich herum siehst also was du siehst um dich herum damit ich weiß wo du bist damit ich die spektaten kann damit man leute auch noch was spannendes sehen außer ein paar häuser ich bin ja ich sehe auch nur ich habe keine ahnung wo ich bin dann sag mal was du da siehst du kommst du kommst du mitte kommst du mitte ok da komm ich jetzt hin jetzt in die arena rein und dann kommst du vielleicht auch dahin ich bin ja gut ich sehe dich jetzt habe ich dich gut du kannst es runden auf dem grünen sein wir sehen den marcel wir an den kisten schild und sich jetzt erst mal bei dem schönen bei der schönen crafting box ein diamantenschwert macht und dann alles kaputt schlägt ja also ich bin jetzt wirklich gut equipped ich habe sogar 45 feile 45 45 was ist denn bei dir falsch ey man hätte ich gerade nicht so geschlafen und hätte dann angefangen meine rüsten aber das lag wirklich an dir das war ein bisschen weil ich ein bisschen scheiße von denen weil das wirklich nur auf dich gegangen ah ja dann hast du ja locker gemacht ja gar nichts jetzt hätte ich sogar noch jetzt hätte ich noch sogar ein eisenschwert machen können ja wahnsinn hier gibt es sowas wie der mensch nicht oder weiß ich glaube nicht du musst dir so lange jemanden suchen bis du ihn gefunden hast ok und leute ich wollte ich das auch noch mal kurz fragen hier an alle meine abonnenten ich bitte euch das auch in die kommentare zu schreiben und zwar wie findet ihr denn das wenn ich mit dem shader spiele es darf aber ein bisschen mehr leckt weil es leckt leider wirklich ein bisschen aber könnt höchstens mal jetzt versuchen ich kann mal ganz kurz auf 25 fps schalten so automatisch dann vielleicht kriegt er dann mehr hin für die aufnahme keine ahnung ja guck mal geht sogar ja gut es könnte sein dass es ein bisschen weg zwischen ich habe dich verloren wo bist du scheiße ja ich bin ich glaube ich weiß selbst nicht wo weil jetzt richtig wieder richtig der server leckt manchmal oder sind die blitze so anfangen weißt du also ja bevor du wollte ich sagen ach genau es geht auch um die abonnenten die jetzt da unten reinschreiben sollen also noch mal an euch schreibt die kommentare was findet ihr besser ohne shader und dafür so gut wie lag frei oder mit shader und zweimal dreimal viermal im video und leck entscheidet ihr das jetzt leckt auch gerade der server also das bin nicht mal ich ähm aber ja gut müsst ihr dann sagen ich finde es gerade sehr interessant aus und das blinkt jetzt ja alles so wegen dem shader weil da oben ist ja glas und ja 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 da sind ja der ganze boden ist dann voll mit diesen teilen wenn die sonne scheint genau sie sieht sehr interessant aus wie in so einer fetten disco pass auf heute ist einer ne zwei stück sogar ja das kommen die machst du locker alle machst du locker alle guck mal mit deinem diashwert da klatsch dir einfach weg hast du bogen dann schießt sie doch ab rechts kommt einer rechts kommt einer rechts kommt einer richtung einer vom dach vom dach vom dach vom dach oder auf dem dach ist er gesagt er ist rechts runter gesprungen rechts weg ja ja ach so was machst du denn ja es gibt einen spritbergs unglaublich unglaublich hier wir verfolgen was hell wie er versucht mit seinem bogen die ganzen leute zu killen das ist der einzige wahnsinn ja ja das ist wirklich ok der ist in der mitte ich hoffe der weiß ich möchte jetzt dass ihr alle bei marcel der kanal ist unten verlinkt auf seinem kanal mentor und herzchen spammt das macht ihr bitte alle jeder der jetzt dieses video guckt spammt auf seinem kanal mentor und herzchen ok ok ich hab ihn gekillt ich hab ihn gekillt ok das ist super also nicht auf seinem kanal sondern unter dem video ich verlinke das video als video antwort und seinen kanal verlinke ich auch unten in der beschreibung das heißt ihr könnt ihn sofort sehen ja ich mach genau das gleich einfach mentor und herzchen drunter spammt mal gucken wieviel wir das zusammenkriegen ja mal gucken und wenn euch das gefällt mit dem survival games an sich und wenn ihr wollt dass ich das vielleicht sogar noch öfter mache weil ich hab's jetzt echt extrem selten gemacht äh dann schreibt es einfach in die kommentare und wie Rion und ich schon gesagt haben bitte nett und freundlich lieber mentor dieses video hat uns sehr gut gefallen wir würden uns mehr von survival games wünschen oder was weiß ich dann kann ich nämlich zweimal in der woche oder so survival games einfach mal machen weil bisher mach ich glaube ich einmal alle zwei wochen und das ist eher wenig ja kommt ja immer drauf an aber naja wieviel leben jetzt noch? das sind eben drei alle die jetzt auch noch zuschauen das sind ja sowieso meine besten abonnenten die tollsten abonnenten die es gibt einfach mal nicht vergessen wenn es euch gefallen hat daumen hoch geben das kann man ja immer wieder nur erwähnen weil die meisten vergessen es einfach und wenn man das halt einfach mal sagt wenn es euch dann gefallen hat dass man daumen hoch geben soll dann machen es einfach viel mehr ja also es ist einfach so ja also die meisten also natürlich nur wenn es euch gefallen hat wenn ihr sagt ach Gott der labert die ganze zeit nur so eine scheiße das hat mir nicht gefallen dann könnt ihr natürlich auch daumen runter geben ähm aber sonst würde ich mich natürlich über Feedback freuen et cetera ja wisst ihr ja selber auch bescheid und jetzt müssen wir erstmal gucken dass der Marcel hier noch den Rest findet und die auch noch zerstückelt ja ich lauf hier die ganze Zeit rum ich guck so ich achte so auf die Blitze aber ich kann dir auch helfen bei den Blitzen glaube ich weil ich sehe die ja auch kannst du mal machen wir sind denn jetzt noch drauf äh nur noch Chiyo dieser Chiyo Chiyo Spawn schreibe ich ich frag ihn mal ob er Spawn kommt ok damit er zum Spawn kommt damit äh ja er kommt zum Spawn ja gut dann wisst ihr ihn aber wohl fertig machen geh ich mal ganz schön von raus ja hoffentlich hoffentlich mit deinem Tierschwert rastest du einfach aus und äh boah das bist du im Lagerhaus hier drüben super ja ich bin wieder rausgekommen so ich komm jetzt leider hier nicht raus hm weil irgendwie leider hier die 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 Dings nicht äh warte 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 toll ich komm mir leider nicht raus ja warte warte ich komm mir nicht raus es ist perfekt äh warte mal warte mal ich komm zurück ich hab dir die Tür aufgemacht ja warte ich bin gleich da so dankeschön he 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 weil ich kann mir echt nicht raus das ist voll komisch gewesen ich auch gleich ja mhm direkt kämpfen so ok also ich sag jetzt ich werd nicht oder ich versuch so wenig wie möglich oder zu selten wie möglich mit einem schwer zu treffen ich versuche mit dem Bogen zu gehen ach so gut ja das müssen wir auf jeden Fall machen aber der Server leckt ein bisschen häufig das ist dann auf jeden Fall schwer ja das ist mit sich hat nicht einfach aber ähm ich glaube du hast auch viel besseres material als er was er hat schon was du bist du tot nein nein bist du tot ja ich bin leider gestoppt was machst du denn warum du hast du mir dann ein Diaschwert nehmen sollen ich hab ihn mit dem Diaschwert die ganze Zeit gehitter aber irgendwie weiß ich der Server zu geleckt und dann war es schwer ihn zu treffen ja ok gut egal er ist weiter geworden ich bin ja ist ja egal ja wir hoffen uns bis zu schauen und wie gesagt nicht vergessen genau wie gesagt nicht vergessen bei ihm schön Mentor Herzchen Spam ja und bei ihm vorbeischauen und ja genau und da am hoch nicht vergessen etc blablabla nicht zu viel labern und tschüssi auf wiedersehen bis zum nächsten Video tschüss